Hey und Hallo, hier ist wieder Infotech. Heute ist der Start einer neuen Serie und zwar möchte ich euch zeigen, wie man mit OBS zu entweder Twitch oder YouTube Livestreamen kann. Den Anfang machen wir mal heute damit, dass ich euch erkläre, was ihr alles benötigt fürs Livestreamen. In dem nächsten Video geht es dann um die grundlegenden Einstellungen für Bild und Ton und alles andere und in noch einem weiteren Video werde ich euch zeigen, wie man mit externen Programmen noch zusätzliche Features hinzufügen kann. Also, was braucht man mal zum Livestreamen? Man braucht ohne sich zu wundern mal einen PC haben. Am besten natürlich einen Stand-PC, weil Laptops oft mit Dual-Core-Prozessoren kommen und die das oft nicht so gut verarbeiten können, die Datenmengen. Zusätzlich sollte es mindestens ein Core i5 sein für 720p, würde ich sagen, eben Quad-Core und mindestens, wenn man, besonders wenn man Spiele streamt, mindestens eine Grafikkarte und je nach Auflösung kann man bis zu zwei Grafikkarten benötigen, beziehungsweise auch ein Core i7. Und eben auch, man kann eben gleichzeitig aufnehmen den Stream mit OBS. Das heißt, wenn man eben so 720p streamen möchte, ist ein Core i5 auf jeden Fall genug, wenn man Spiel streamen möchte. Auch wenn man gleichzeitig aufnehmen möchte, sollte es kein Problem sein, wenn der Halbpix aktuell ist. Mit einem i7 kann man dann auf jeden Fall auf 720p gleichzeitig streamen und aufnehmen. Bei Full HD Streaming sollte man aber eine Grafikkarte verwenden, da die etwas Arbeit von der CPU abnehmen kann. Wenn man nicht genügend Leistung hat, kann nämlich sonst das Stream, das Spiel und auch die Aufnahme ruckeln. Also mindestens eine Grafikkarte und mindestens ein Core i5. Man kann auch ein Notebook mit Quad-Core-Prozessoren nehmen, also so ein Gaming-Notebook natürlich, aber die meisten Notebooks verwenden nur Dual-Core-Prozessoren. Dann eben, was ihr sonst noch braucht an Peripherie, wäre auf jeden Fall eigentlich ein Mikrofon und weil ihr ja sicher mit euren Zuschauern reden wollt. Am besten ist natürlich ein Kondensatormikrofon. Alternativ kann man auch natürlich ein Headset verwenden, am besten halt, wenn dann noch das Mikrofon eines wirklichen Gaming-Headsets, aber das beste Erlebnis hat man natürlich, wenn man ein Kondensatormikrofon verwendet. Eine Webcam ist optional, muss man nicht haben, aber wer will, kann eine haben. So, dann schauen wir uns mal auch an, was ihr für eine Internetleitung braucht. Also 720p bei 30 FPS sollte man mindestens 2,5 Mbit Upload haben und je nach Einstellung bis zu 3,5 Mbit. Bei Full-HDs schaut man so zwischen 5 und 6 Mbit in der Bereich, sollte die Leitung mindestens haben, wobei ihr müsst halt auch noch bedenken, dass das Spiel etwas an Upload-Bandbreite zum Beispiel benötigt, wenn ihr ein Spiel streamen wollt oder auch eben andere Leute bei euch zu Hause, wenn die was im Internet machen, werden auch Upload benötigen, Upload-Bandbreite und wenn ihr dann zum Beispiel eine 3 Mbit Leitung habt und ihr wollt mit 3 Mbit streamen, wird das nicht gehen einfach bei 3 Mbit, sondern das wird ständig runterfallen. Am besten natürlich wäre es, wenn ihr mindestens doppelt so viel Upload-Bandbreite habt, wie ihr streamen wollt, eben sprich bei 3 Mbit wollt ihr streamen und 6 Mbit habt, das sollte absolut kein Problem sein. Okay, das ist einmal das und dann an Software benötigt ihr dann noch natürlich die Streaming Software, in dem Fall jetzt hier OBS Studio, es gibt auch noch OBS Classic, das würde ich aber nicht empfehlen, weil es meinesens nach nicht mehr weiterentwickelt wird und einfach OBS Studio wesentlich moderner ist und einige zusätzliche Features bietet. OBS Studio gibt es dabei für Windows, für macOS und für Linux, also alle letzten Versionen dieser Betriebssysteme werden natürlich unterstützt, bei Windows ich glaube ab 7 eben und bei macOS ab 10, 9, wobei das können wir uns gleich mal anschauen und ich habe die Seite hier offen eben Windows 7 mindestens oder OS X 10.9, Linux, ja ist Linux und ja da kann man sich eben hier die Software holen bei obsproject.com und man kann neben Twitch auf YouTube auch zu anderen Portalen streamen, wie hier Hitbox, aber halt Twitch und YouTube sind halt die größten und bekanntesten Streaming Anbieter natürlich. OBS Studio kann man natürlich auch verwenden, um nur eben den Desktop aufzunehmen, aber es ist in erster Linie eine Broadcasting Software, also eben eine Software fürs Livestreamen. Das soll es mal mit diesem ersten Video gewesen sein, was man so fürs Livestreamen braucht. In der nächsten Episode eben geht es dann darum, wie man das einstellt einmal, die einfachsten Einstellungen, dann zeige ich euch noch in einem weiteren Video, wie man mit zusätzlicher Software auch noch zusätzliche Features zu OBS hinzufügen kann. Ja, dann abonniert den Kanal, um diese Videos dann nicht zu verpassen und ja, wir sehen uns dann entweder bei einem nächsten Video der Serie oder bei einem anderen Video wieder. Haut rein und Tschüss!